Ich schreibe es jetzt nicht mehr in den Titel, aber tatsächlich ist es jetzt schon sehr wahrscheinlich, dass mindestens 40.000 Menschen infiziert sind, wenn die Maßnahmen in China gegriffen haben. So schnell hat sich in den letzten Jahren noch keine Epidemie ausgebreitet. Innerhalb von 48 Stunden haben sich die bestätigten Falle auf 6.000 verdoppelt und es gibt zusätzlich noch 10.000 Verdachtsfälle. Einfache Mathematik hilft jetzt zumindest den Verlauf der nächsten Tage zu prognostizieren. Ein führender deutscher Virologe fordert den sofortigen Ausruf des weltweiten Gesundheitsnotfalles. Klick zum Science & Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich Willkommen, dieses Video habe ich heute Morgen aufgenommen, in aller Frühe, weil ich unterwegs bin. Vielleicht wurde der weltweite Gesundheitsnotfall schon ausgerufen, denn der ist laut dem deutschen Virologen Alexander Kekulé überfällig. Die Fallzahlen steigen dramatisch und wir haben jetzt eine ziemlich verlässliche Größe mit heute 6.000 Infizierten. Vor zwei Tagen waren es noch 3.000. Alle 48 Stunden verdoppeln sich also die Erkrankten. Das ganz große Problem dabei, die Infizierten sind im Schnitt 10 bis 14 Tage ohne Symptome und stecken andere Menschen an, die wiederum andere anstecken und so weiter. Denn 2019-nCoV, wie der Virus genannt wird, ist sofort ansteckend ohne Symptome. Ein riesiges Problem und auch wenn die Bundesregierung beteuert darauf vorbereitet zu sein, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Die Infizierten sind quasi mindestens 10 Tage im Schnitt getarnt. Nichts deutet darauf hin, dass sie Träger des tödlichen Virus sind. Allerdings, das ist auch wichtig zu wissen, das Virus ist nicht besonders tödlich. Nicht ein Drittel wie beim MERS-Virus oder 10 Prozent wie bei SARS sterben an der Infektion. Lediglich zwei Prozent überleben die Infektion nach dem jetzigen Stand nicht. Allerdings, wenn die Ausbreitung nicht gestoppt werden kann, dann können das in Deutschland um die eine Million Menschen sein und weltweit rund 150 Millionen. Das ist dann trotzdem zehnmal so stark wie eine normale Grippe. So Alexander Kekulé. Das ist vergleichbar mit der spanischen Grippe, die zwischen 1918 und 1920 in mehreren Wellen zwischen 25 und 70 Millionen Menschen getötet hat bei einer deutlich geringeren Weltbevölkerung. Doch damals gab es keinen Flugverkehr. Das heißt, die Infektion konnte sich nicht ganz so schnell verbreiten. Trotzdem ging es dann doch relativ schnell, weil Soldaten im Ersten Weltkrieg aus den USA, wo die Seuche ausgebrochen war, in Kriegsschiffen nach Europa geschickt wurden. Und man war rein gar nicht auf eine solche Pandemie vorbereitet. Heute ist die Situation deutlich besser. Aber eben das Phänomen der Ansteckung ohne Symptome macht es extrem schwierig, die Ausbreitung einzudämmen. In den USA halten Fachleute die Ausbreitung des Virus dort für wahrscheinlich. Und der Virologe Alexander Kekulé sieht auch für Deutschland die Seuche als nahezu unaufhaltbar an. Zitat, in China ist die seit 2003 bekannte Lungenkrankheit SARS wieder ausgebrochen. Nicht mehr und nicht weniger. Schreibt er im Berliner Tagesspiegel. Wie immer findet ihr die Quellen in der Videobeschreibung. Er fordert sofortige Einreisekontrollen für alle Fluggäste aus China. Dafür gibt es einen zuverlässigen Test. Allerdings ist das Virus schon hier und kann schon rund 100 Menschen angesteckt haben. Zu den Zahlen komme ich noch gleich und wie man das ausrechnet. Und er fordert die sofortige Ausrufung des internationalen Gesundheitsnotfalles. Und jetzt zu den Zahlen und dazu brauchen wir als Grundlage lediglich die 6000 gesichert Infizierten. Vorgestern lag diese Zahl noch bei 3000. Davon ausgehend wissen wir nach aktuellem Stand, dass sich die Zahl alle 48 Stunden verdoppelt. Sprich, wenn es keine Quarantäne gibt, Städte nicht abgeriegelt werden. Das Virus sich also ungehemmt ausbreiten kann, steckt es alle 48 Stunden nochmal so viele Menschen an, wie bereits infiziert sind. Das heißt hochgerechnet sind es momentan mindestens knapp 40.000 Menschen, die sich angesteckt haben. Und wie vor zwei Videos erwähnt, der Experte Neil Ferguson vom Imperial College London vermutet 100.000 Infizierte. Die 40.000 sind zurückhaltend gerechnet mit einer niedrigen Inkubationszeit von 10 Tagen, also dass sie nicht so lange andere anstecken können und nur für die nächsten fünf Tage. Danach wurde ja, also vor zehn Tagen, ein Gebiet mit mehr als 50 Millionen Einwohnern abgeriegelt und der Autoverkehr verboten. Theoretisch müsste sich die Ausbreitung danach verlangsamen. Theoretisch. Allerdings in allen Ländern mit momentan niedrigen Fallzahlen ist das ja noch nicht der Fall. Dort wird sich das Virus voraussichtlich weiter mit hohem Tempo ausbreiten. Allerdings bei so niedrigen Zahlen ist das unkalkulierbar und von vielen Zufällen abhängig. In Deutschland könnten es also ausgehend von im Moment vier Infizierten inzwischen mehr als 100 Infizierte sein. Jeder und jede kann sich ausrechnen, wann die gesamte Bevölkerung Deutschlands theoretisch infiziert wäre. Aber das ist wirklich nur Spekulation für den Fall, dass es durchschnittlich abläuft. Und es bleibt zu hoffen, dass die Sensibilisierung vor allem von Menschen, die aus China hierher geflogen sind, dafür sorgt, dass sie sehr vorsichtig sind und im Fall der Fälle deutlich weniger Menschen anstecken. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den Coronavirus mit dem Ausbruch einer schweren Grippe verglichen. Da sterben in Deutschland so rund 20.000 Menschen im Jahr allerdings. Und das ist der Unterschied. Alle Menschen haben Antikörper gegen zahlreiche Gripenviren im Blut. Bei 2019 ist das wohl nicht der Fall. Darüber, ob sich Menschen nicht anstecken und immun sind, gibt es allerdings bisher keinerlei Informationen. Wir haben eine Playlist dazu gemacht mit aktuellen Updates. Also anklicken, anschauen und abonnieren, da packen wir jeweils das aktuelle Video rein. Und nur dann, wenn ihr also abonniert habt, verpasst ihr nichts. Bis dann, bleibt dran! Bis dann! Bis dann!